Das mit dem Audi, was du sagst oder so, das glaube ich dir ganz gern, aber ich kann dir ja nicht sagen, ob der Audi im Endeffekt dann trotzdem das Fahrverhalten hat, was ich mir vorstelle. Ja, ich habe noch keinen Ausgang, den ich vergleichen kann. Ich finde es zwar gern an, wenn du sagst, der Audi, der ist gut, aber das hilft mir letztendlich, wie geht es denn auch noch mehr weiter. Weil das ist nicht so, ich muss erst später rausfinden, ich lass mich fahren oder so, ich weiß. Und das habe ich noch nicht, also ich kann da abstehen. Dann dürfte dieses Rennen für unsere Fahrer ziemlich nervenaufreibend werden. Beherrscht die zwar bis zu einem gewissen Punkt, aber mit eurer Engschwindigkeit und vom Leihwagen mit eurer Enfektivität ist die sowieso bestimmt gar nicht. Und ich weiß nicht, was hier liegt und ich weiß nicht, wie der Audi fährt. Ich weiß nicht, wie der Mercedes, ich weiß eigentlich gar nicht, wie der Audi hier fährt. Also von da aus, wo ist es denn? Es hilft mir von da aus, es wird wirklich weiter, dass es nicht so gut ist. Weil ich kann es nicht vergleichen, ich glaube dir das gern, dass der Audi besser eigentlich in der Mercedes-Benz hierher zu fahren. Ich glaube dir gern, aber wenn du die Klasse rausduckst, dann so oft da, hm, was nehme ich jetzt von dem Fahrzeug? Und dann soll das nämlich den Audi rechnen, den Mercedes-Benz mit dem 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 Mercedes-Benz. Und ich weiß nicht, wie ich sagt, das klingt mir nicht, dass du sagst der Audi ist gut. Ich hätte nicht direkt alles in einem gut oder nicht, wie ich glaube ich komme. Zuerst war ich ein Fleischwagen, du hast du mich mit der Kiste nicht einigermaßen geführt. Also hast du dich mit der Kiste vor drei Zeiten. Ja, du machst dich. Aber mich gehört das höchste Ding. Das ist halt die Klassik. Und so ist die Opotama genauso. Die hat das gleiche. Und so ist die Klassik. Ähm, ne, nicht einmal, weil... Nicht einmal. Ey, da wo sie die Fetzen krackt, hat man sich das Auto manchmal selber laufen lassen. Da muss man eigentlich fast nicht selber fahren. Das lässt man eigentlich fast gar nicht durchlaufen. Da muss man mehr im Tüten da aus dem Tüten springen. Also so, dass man eine Kündigkeit verliert, aber auch nicht so, dass man eine Kündigkeit verliert. Und dann muss man halt schauen, dass ich wenig ein wenig hochsteiger kann. Das ist das nicht. Das ist das auch. Das ist es nicht. Es ist das auch. Das ist es nicht. Du verstehst nicht weiß. Nein, das Problem habe ich nicht. Das ist nicht mein Problem, weil ich muss mich erst mal schnell damit auseinandersetzen, um zu wissen, was mich erwartet, wenn du so etwas traust. Ja, aber wie willst du das bitte schön machen, wenn du denn nicht hier einen Leihwagen nimmst und in der Klasse fährst? Also das ist ja nur ein Widerspruch in sich. Reicht aber, was du meinst. Das verstehe ich doch nicht. Aber ich kenne jetzt kurz das gesamte Grundhandling von dem ganzen Kuss noch nicht. Ja, dafür nimmt man sich ja einen Leihwagen, damit man wie verhält sich dieses Auto auf der Strecke und dann wie nimmt man beim nächsten Mal ein anderes Fahrzeug. Das versteht ja nicht. Ich dachte ja nicht, dass es uns versteht. Ich sollte keine Gefährdigkeit. Das versteht ja nicht, dass es nicht mehr oder weniger ist. Das geht hier in der Klasse, ja. Ich werde es nicht mehr auf den Klasse, aber das geht nicht. Ich werde es nicht mehr auf den Klasse, ohne zu schiefst. Und dann ja nicht mehr auf den Klasse, dass es sich nicht mehr auf der Strecke geht. Das ist alles ein anderes Weg, weil ich meine Gefährdigkeit, weil ich es nicht mehr auf die Strecke geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020